Ich geh mal hoch zum Gesicht. Gesichtiii. Immer noch kein Fragezeichen. Da. Bistig fest. Geht nicht. Okay. Richtung West. Was heißt in diese Richtung? Aha. Guck mal. Da ist noch Dunkelheit. Ich seh das. Ich muss die Dunkelheit entfernen. Uh, guck mal, ne Kiste. Yay. Der tollen Haarknoten. Wollt ich schlimmer mal haben. Knoten im Haar. Die Geräusche. Tada. Warte mal. 94. Ah, mies. Tief in ein Prozent. Yeah, 95 Prozent. Boom. 95, 95 und 95. Juhu. 59. Brauch schon wieder ne Steinbrücke. Ähm. Ähm. Ja. Ich weiß nicht. Geh zu diesem Gesicht und auf dem Weg, da nehm ich die Düsternis mit. Durchsternis. Und also die Zahnvertausch muss ein Bug sein. Ja, ich glaub auch. Ui. Ich glaube, welche Quest ich nie beendet bekommen werde, sind die, äh, Katzen. Ich werde niemals alle Katzen finden. Ah, sie finden meinen Hof hässlich. Glaub ich nicht. Asozial. Gibt einen Futterdruck. Uuuhuund. Gute Ahnung. Als Planken. Toll. Ähm, 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 ähm. für sowas gibt es komplett lösungen für die katzen nicht schlecht ich suche die düsteren aha gefunden und weg damit so dann bräuchte ich meinen hammer aha das ist eine quest warum habe ich denn die nicht ich habe diese kiste das schild nicht ich gehe zu dem gesicht der schluck auf ohne plan ein schluck auf hat immer einen plan im gegensatz zu mir hey du händler was verkaufst du so können stein zeug na gut und 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 ach der ähnlich ok wo ist das gesicht da hinten da hey menschen das 63 prozent da lang ich muss da irgendwie hoch nein im weg folgen ist zu einfach hier drei streams doch bis du alles auf 100 hast das ist doch der letzte yonder stream oder so das letzte mal auch schon gesagt ne das ist doch der letzte mal auch schon gesagt ne ich bin so müde das ist doch der letzte mal auch schon gesagt ne das ist doch der letzte mal dafür geht er bis morgen früh sieben Uhr wenn nachher arbeiten muss was nein ich will nicht beim müde kann ich mitreden zwölf stunden stream geil bin ich dabei was nein ich komme schon dahin so ich weiß wo ich bin hier bin ich letztes mal schon hochgeklärt hat ich bin hier du musst das schon hoch so nicht komm schon schlecht nicht so dieser blöden lampen ja braucht nichts ich habe schon genau geht doch nicht so wird ein kudo da wenn du da hoch die langweiligen normalen weg die kiste sagt ja geilen bad was soll ich mal tollbad haben so weich so kratzig ja ich bin am gesicht angekommen holt ja mal zeit so muss ich lang der ist zu frostig den anderen hier juhu okay das da sonderwind-wildnis-steinbrücke sechs stein sein ich glaube es hakt ich werde mal viel zu bezeug haben die 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 ihagen jetzt nicht ich kann man nur so müde sein gibt den nächsten schlaf stream andere das können kann ich das auch 295 ich brauche noch eine sonnenbrille ne irgendeine quest brauchte ich noch eine sonnenbrille 295 das dann eben können ne 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 noch ein eisenärzt dann haben wir es wer da hinten hat bestimmt sein zeug auch wieder guten tag ich nehme das 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 401 401 100 und eine auch von mir 4 100 und eine ne ich glaube die brauche ich noch e da waren es nur noch sieben ach komm du kriegst nen Dippfisch behalte ihn und werd glücklich jetzt bräuchte ich noch zwei steinsäulen warte mal warte mal warte mal warte mal zwei steinsäulen perfekt all done auf die brücke oi 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 ist das so soo soo ich kann ihm auch soo 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 da unten ist wer nicht Veronika den Namen vergessen genau Cari soo soo okay ich schnell die Brücke bauen geh Foxy Kiss her No, we kommen schon da hin You're mine Was ist das? Was ging ich denn da? Was habe ich gedacht? Doch Kiss her Meins So Irgendwo hier Bei Bieber Kann ich ne Brücke machen? Da Du da Brücke Tadaa Noch zwei Aufgaben hier übrig Was? Hier sind noch Aufgaben? Was? Boah, ich glaub da hinten kann ich sie noch erkunden Krass Ajo dann Lassen wir uns doch nicht davon abhalten Mal erst hier umgucken Hier ist hier umgucken Zerstörungsruhe Zerstörungsruhe Ok, jetzt gehts wieder Hmm Hmm It kind of cuts him Kitty cat Kitty cat Kitty cat Kitty cat Kitty cat Kitty cat Kind of kitty cat Oh Oh Wow Wie nennt man einen Grasfuchs mit Brille? Streber Wie nennt man einen Grasfuchs mit Brille? Wie nennt man einen Grasfuchs mit Brille? Wie nennt man einen Grasfuchs mit Brille? Näh Gemeint stark Buxi Du hast ne Brille Na das äh Stoppohle So was besitze ich Ich ziehe das nächste Mal Kontaktlinse Dann hab ich keine Brille mehr Ha! Du hast eine Kiste! Ölflex Shampoo Geil Ich will schon immer Haare wie Snape haben Ich sehe dein Fröschen Ich sehe dein Fröschen Uuuuuh Uuuuuh so so die die die